Hallo, mein Name ist Jenny Fehleiß, ich bin 15 Jahre alt, komme aus der Steiermark aus Graz. Hier in Lambrechtshausen habe ich ein Pferd mit, Zero Flow, neunjähriger Holsteiner. Und meine Ziele für 2012 sind gute Platzierungen in internationalen Springen und Staatsmeisterschaft und Platzierungen in I-Cup Springen. Shoppen ist immer gut. www.trainer.to.de